So wie, so wie wir die 3 gegen 30 gewinnen. Durch dich? Weil wir so gut sind. Ja, alles nur durch dich süßer. Alles nur durch dich. Meinst du? Nö. Kennst mich doch. Also dann, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 3 vs. 3 mit dem Takeo. Hallöchen. Okay, brauchen wir einen Tank? Nein. Nein, brauchen wir nicht. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Ja, ok. Warte, dann nämlich Wotog. Wer ist das denn hier doch hingekriegt?! Alter! Was? Das war ein Change in letzter Sekunde, joh. Alter. In der letzten Minisekunde. Wir haben eine Widow. Ja, das ist geh- Ja, das ist tricky. Schläber! Ich kann nichts für sie tun! Tja, jetzt sind es nur noch wir beide süßer. Diese Kakuro, die ist da oben. Ich hab so, äh, er kommt, glaube von links gleich. Und das. Von, oh oh. Jupp, ich bin tot. Ich wusste, dass sie mich rauslocken, diese Säcke. Das sind die von eben. Genau die gleichen? Ich glaub schon, ja. Fino, äh, ich kann mich an Fino. Weiß ich nicht. Dann hast du gut weg. Was? Maybe, I don't know. Keine Ahnung. Bei was er redet, ich, ich, ich bin da einfach mal so nett. Oh, normal ist der Matt? Nein, nicht normal ist der Matt. Okay. Soll ich Hanso probieren? Mach doch, mach doch. Oh shit, ich bin trotzdem. Oh my god. GG. Ja, du, wir, wir deffen dich einfach, okay? Du kannst einfach nicht mehr sterben. Das wäre super. Es ist fast alles tot. Oh my god. Oh my god. Das shit funktioniert. Oh my god. voll im Kopf durch das doof ist nur ich glaub es können wir doch mehr zu fortnehmen oder? und Lucian oh ja Lucian auch noch bei Lucian wer will schon Lucian spielen hm gute Frage boah ich will den Reaper Hook and Cook please lass uns alle links angehen ok ok du sagst es mit Speed mit Speed ja oh lalalalalalalalalalalalalalalalalalalali ach ihr geht da lang huhzala falsche Richtungen da hast du links gesagt ich dachte da noch weiter ja ist doch alle links nein sind wir nicht ich geh einfach von hinten Thanks Thanks The enemy is here ok sie ist tot ich hab dir die runter geschubst oder? ja hast du ich hab dir die runtergeschubst Die startest du. Ich komme hinterher! Ich glaube, ich habe alle getötet. Ich glaub's auch. Mach ich dich assi mal. Geil. Jetzt huckst du die mehr. Auf einmal denke ich, warum springt die da von alleine runter? Let's go! Oh boy. Another day. So hell. Oh. Okay. Mal gucken wie das läuft. Lustig? Holy shit, die haben jetzt auch einen Loose hier. Ja, komm komm komm, wir gehen hier zusammen. Wir machen erst die Maid-Fode am besten. Ja. Da ist jetzt nicht eingefroren. Unsere Tracer, ne? Lass die mich... Nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist hinter mir, es ist hinter mir! Ja komm, geh ein bisschen weg. Ja. Versuch grad. Hiya! Alter, die Tracer kann ich gar nicht heilen, Alter, weil die so schnell wieder weg ist. Excuse me? Ja. Alter, wenn das so weiter geht, kann ich auch noch resten bald. Das ist nice. Ja. Let's try this again! Oh mein Gott, ich töte ihn auch noch. Immer schön drauf schießen. Die G will playen. Der wird für etwas schwer zu treffen. Also mal gucken, ob mein New Shield Play jetzt Play for Game wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es für dich. Das war so schön. Ja! Wie geil! Du alter Frosch. Hier, da war die eine. Da hab ich die noch getötet. Und da dachte ich, boah, jetzt huckst du sie, weißt du? Wupp! Und weg ist sie. Wir sehen uns gleich im nächsten Match wieder, meine Freunde.